Hey, ich möchte euch jetzt Loretta Adios vorführen. Unsere erste Song, den wir jetzt wirklich im Griff enden haben. Aber jetzt ist eigentlich alles klar. Er heisst... Das ist dein? Das ist ein neues Smash-Hit. Der kommt jetzt der Früh schon raus. Und er heisst My Name Is You There. My Name Is You There. Achtung! Achtung! Das war's. 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 Das war's.